Viktor Kassaj ist ein ungarischer Fußballschiedsrichter. Hauptberuflich arbeitet Kassaj als Reisekaufmann in Thessaloniki und Budapest. Er spricht neben Ungarisch auch Englisch und Deutsch. Karriere Seit 2003 ist Kassaj internationaler FIFA-Schiedsrichter. Er leitete sein erstes Länderspiel am 18. August 2004 im Alter von 29 Jahren in Bratislava, als die Slowakei Luxemburg empfing. 2007 leitete Kassaj zwei Spiele der U2-0-WM in Kanada. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich wurde er als vierter Offizieller eingesetzt. Beim Fußballturnier im Rahmen der Olympischen Spiele 2008 in Peking leitete er mehrere Spiele, unter anderem das Finalspiel. Die FIFA nominierte Viktor Kassaj als einen von 30 Schiedsrichtern für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Dort kam er zu vier Einsätzen. 2011 leitete er das Finale der UEFA Champions League 2010 Elftel im Londoner Wembley-Stadion zwischen dem FC Barcelona und Manchester United. Er war einer der zwölf Schiedsrichter, die die Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 leiteten. Im Vorrundenspiel der Europameisterschaft 2012 England gegen Ukraine verweigerte Kassaj einem Tor der Ukrainer die Anerkennung, als John Thierry den Ball erst hinter der Linie klären konnte. Dieser Szene war allerdings eine Abseitsstellung der Ukraine vorangegangen, die das Schiedsrichterteam ebenfalls nicht erkannte. Im Januar 2012 wurde er von der IFFHS zum Weltschiedsrichter des Jahres 2011 ernannt. Turniere Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika Punkt Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine